World Premiere, World Premiere, hab ich gehört. Sie ist einfach nur schüchtert, ja. Übrigens sagte Reggie auch, dass in der ersten Stunde vom Tree aus noch neue Spiele kommen. Ich denk halt, ich hätt so ne Töse für Luigi Smash. Geh dann die Prima nach. Ich hätt jetzt beinahe auch auf Metroid gezogen. Metroid! Was zum Fick! LOL! Die Doppelbass ist das Doppel-Metroid-Wunder! LOL! Das ist Metroid Prime 4, das kommt auf den 3DS. Oh mein Gott! Leute, ich hab's gecallt! Also wenn das jetzt ein 2D-Metroid wär, würde ich das mega cool finden. Es ist 2D, aber leider vom Grafikstil her scheiße. Gerüchte stünden also, sie haben wirklich die ganze Zeit ein 3D- und 2D-Metroid gemacht. Was zum Fick! Das stimmte! Alter, dann geht das besser. Und ich hab tatsächlich mehr auf das 2D-Metroid als auf das 3D-Metroid. Ja, ja! Ah, warum nicht Pixel und gezeichnete Sprites? Ja, wär viel besser gewesen, ne? Es sieht super träge aus. Es sieht nicht schön aus. Der Grafikstil ist leider nicht schön, aber... Jetzt hat ein 3DS, ne? Aber wenn man da viel... Trotz sind Sprites immer besser aus. Müssen ja nicht mehr Pixel sein. Alter! Ist das Metroid 2? Ist das Metroid 2? Es ist ASAM so ein bisschen vom Gameplay, oder? Ist das Metroid 2? Warte, das könnte echt Metroid... Warte, haben sie deswegen ein Fan-Projekt ausgemacht? Samus! Metroid 2 Rebake! Es ist 2! Sie haben wirklich ein Rebake von was?! Oh lol! Als ob! Fuck! Als ob! Ich hol mir den Weltrekord, ich hol mir den! Als ob! Sie redet! Wann kommt denn das? Ja!